So und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Gogi und heute starten wir wieder mal rein in eine neue Folge des FIFA 17 Karrieremodus mit Eintracht Braunschweig. Und ja, heute gibt's eine ganz große Chance, mal wieder, nämlich wir können uns wieder Platz 1 zurückholen. Dortmund hat ein Spiel mehr als wir und nur einen Punkt auch mehr als wir. Und wir spielen heute gegen den FC Augsburg, die, glaube ich, genau auf dem 16. Tabellenplatz stehen. Und somit ist da heute einiges drin. Es ist schon wieder ein bisschen länger her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Von daher kann es wieder sein, dass es ein bisschen anders als sonst ist, dass ich nicht ganz so flüssig kommentieren kann wie sonst vielleicht. Ich hoffe, ihr könnt mir das irgendwie verzeihen. Ja, aber als erstes müssen wir mal noch ein bisschen was umstellen, nämlich die Mannschaft ist konditionell, wie so oft, wieder ein bisschen angeschlagen. Von daher wollen wir da ein bisschen rotieren, dass es da bloß nicht zu irgendwelchen Verletzungen kommt oder Ähnlichem. Und wir werden auch erstmal mit Matuschik für Dominik Kor starten. Aber wir nehmen Kor natürlich trotzdem mit gegen seinen Ex-Verein. Er wird heute auf jeden Fall noch spielen. Und ja, so würde ich das Ganze erstmal belassen. Wir nehmen Boland noch mit für Augs. Dann haben wir noch eine gute Alternative für Murawski. Und ja, mit dem Kader wollen wir heute die Mission, ja, ich sag mal, die Mission-Tabellenführung angehen. Gegen den FC Augsburg, den Tabellen-16, der bis hier wahrscheinlich eine eher nicht zufriedenstellende Saison abliefert. Bei uns ist das ganz anders. Wir stehen in allen drei Wettbewerben mittlerweile, beziehungsweise in zwei Wettbewerben stehen wir richtig gut da. Und im DFB-Pokal sind wir auch die Runde weitergekommen. Ja, und von daher wollen wir es heute angehen. Wollen den Sprung zurück an die Tabellenspitze schaffen. Dortmund hat uns da die Riesenmöglichkeit zugegeben. Und die wollen wir heute natürlich nutzen. Ja, mal schauen, was das für ein Spiel wird gegen den FC Augsburg. Wie gesagt, die spielen bisher keine gute Saison und werden natürlich heiß sein, das zu ändern. Und daher schauen wir mal, was die Augsburger heute machen, was wir machen. Und damit starten wir rein. In die Partie, ist es der zehnte Spieltag? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist der zehnte Spieltag. Und damit starten wir rein in die Partie gegen den FC Augsburg. So, wir kommen erst mal über Selke, über Matuschik, über Gnabry. Da oben geht Tobias Winter. Und der hat auch gleich das Auge für Kelifi. Aber der springt lieber über den Ball, anstatt den Ball anzunehmen. Und wieder Kelifi. Und der macht es richtig, richtig schwach. Also, was ist mit Kelifi los? Springt erst über den Ball und dann läuft er einfach für uns aus, okay. Aber das ist halb so schlimm. Und Augsburg ist hier bis hierhin relativ unkreativ. Aber dann kommt auf einmal so ein Ball. Der ist gar nicht mal so verkehrt. Der kommt. Aber Nuland ist dann am Ende dazwischen. Und somit ist auch alles in Ordnung. Wir kommen wieder. Über Gnabry. Gnabry, Selke, Winter. Wir kommen da gerade nicht so richtig gut durch, so wie ich mir wünschen würde. Matuschik. Matuschik. Aber auch der verliert hier den Ball. Also Augsburg steht da hinten wirklich gut. Das kann man nicht anders sagen. Kayubi ist es. Staphylides. Matuschik kommt da nicht an den Ball ran. Verliert das Kopfballduell. Und wieder ist es Kayubi. Also Augsburg macht hier doch relativ soliden Eindruck. Die kommen über Winter. Die haben eigentlich mit einer guten Idee. Aber Kaccia ist dazwischen. Und kann den Ball in die Spitze auf Davy Selke erstmal verhindern. Wieder Kaccia, Parker. Und Kelifi ist diesmal ganz gut dazwischen. Und dann gibt es erstmal Einwurf für den FCA. Teigl. Aber Augsburg macht defensiv zwar einen ganz guten Eindruck bis hierhin, würde ich sagen. Aber offensiv sind die mir ein bisschen zu unkreativ, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da kommt bis hierhin noch nicht allzu viel. Und dann sage ich es wieder und dann kommt da ein ganz guter Ball auf Vollner. Aber am Ende können sie es nicht nutzen. Gnabry und dann gibt es den Einwurf. Und wenn Gnabry sich da jetzt ein bisschen beeilen würde, dann gäbe es da auch eine ganz gute Möglichkeit. Weil Augsburg war da ein bisschen langsam in der Situation. Winter. Wieder Gnabry. Selke. Sucht die Anschpielstation. Aber da ist gerade irgendwie keine. Gnabry. Äh, Selke sage ich. Ich sage schon Gnabry. Winter mit einem guten Ball. Gnabry. Gnabry macht das stark. Nimmt Winter mit. Und der mit einem guten Schuss. Und nochmal Kilifi mit der Riesenmöglichkeit. Da haut der Tobias Winter einen raus. Unsere aktuelle Nummer 10 vertritt ja den verletzten Keren Demir bei. Aber mit einem richtig, richtig guten Ball. Jetzt gibt es erstmal die Ecke. Winter. Die kommt eigentlich auch nicht schlecht. Aber Selke kriegt den dann. Ja, in Rücklage. So kann man es vielleicht sagen. Mit dem Rücken zum Tor. Nicht ganz so gut Richtung Tor. Und so gibt es dann erstmal den Abschluss für den FC Augsburg. Aber wir sind schon wieder im Ballbesitz. Winter. Miewski. Also von Augsburg kommt in dieser Phase wieder eigentlich gar nichts. Okay, der sollte eigentlich rausgehen auf Gnabry. Aber kommt am Ende doch noch irgendwie bei Selke an. Hat er sich gut zurückgeholt den Ball. Aber am Ende verliert er ihn halt doch. Und dann ist Augsburg wieder am Zug. Die aber bis hierhin wirklich nicht viel machen. Kayubi. Stafilidis. Und dann wird der Ball wieder einfach nach vorne geschlagen. Und dann hat Nüland natürlich kein Problem, Winter aufzunehmen. Winter. Natuschik. Wieder Tobias Winter mit einem guten Dribbling. Winter nimmt Selke mit. Selke. Davy Selke. Aber was macht er denn? Spielt nicht ab und schießt auch nicht. Und so gibt es am Ende nur den Freistoß. Aber das ist gar nicht mal so eine schlechte Position. Ich bin zwar nicht der beste Freistoßschütze. Wir haben auch gerade keinen guten Freistoßschützen wirklich dabei. Der beste dürfte eigentlich sogar noch. Tatsächlich. Wir probieren es einfach jetzt mit Winter. Wir probieren es Winter mit der Riesenmöglichkeit. Aber hat wie gesagt nicht die besten Freistoßwerte und so. Geht der Ball dann eben auch folgerichtig relativ weit übers Tor. Beziehungsweise nicht mal ansatzweise irgendwie ins Eck. Selbst wenn er aufs Tor gekommen wäre. Wäre der Keeper vermutlich da gewesen. Nuravski. Und wir kommen wieder über Matuschik. Matuschik. Der hat das Auge für Serge. Gnabry. Aber Nilsson. Nitov Nilsson. Und dazwischen. Nächste Ecke. Die Liefi. Die kommt wieder auf Selke. Und wieder das Mitov Nilsson. Oder Nilsson. Wie man es am Ende dann auch ausspricht. Da. Bis hierhin. Ein relativ einseitiges, eindeutiges Spiel. Aber Augsburg kommt immer wieder mal irgendwie nach vorne. Und jetzt hier mit der besten Möglichkeit durch Sean Parker war es glaube ich. der den Ball dann nur ans Außen jetzt kriegt. Aber da hatte Mülland schon einige Probleme mit. Kai Jubi. Jetzt ist Augsburg auf einmal wieder wie verwandelt. De Gali richtig stark dazwischen. Und es gibt vielleicht nochmal die Kontermöglichkeit. Über Selke. Und dann pfeift der Schiedsrichter ab. Das wäre eine richtig gute Möglichkeit eventuell nochmal geworden. Aber der Schiedsrichter pfeift ab. Die Nachspielzeit war auch schon vorbei. Von daher können wir da nicht allzu sauer drüber sein. Aber wir sehen es schon an der Statistik. Es ist eine relativ einseitige Partie. Und wir werden jetzt auch nochmal Dominic Chor reinbringen. Gegen seinen Ex-Verein. Der da vielleicht nochmal diese... Immer wieder diese kleinen Nadelstiche, die der FCA setzen kann. Um die zu verhindern. Diese Konter. Da kommen wir im Moment noch nicht allzu gut mit klar. Augsburg eben mit Parker mit der besten Möglichkeit. Dann hier vielleicht sogar mit 0 zu 1 in Führung zu gehen. Aber insgesamt können wir mit der ersten Halbzeit schon ganz zufrieden sein. Waren das deutlich bessere Team. Hatten auch mit Tobias Winter eine richtig gute Möglichkeit. Wo der Ball leider nur dann an den Innenpfosten. Beziehungsweise an den Pfosten. Gegen und Augsburg kommt jetzt gleich wieder über. Sean Parker. Der gefällt mir da auf der rechten Seite der Augsburger. Richtig gut. Und jetzt gibt es die Ecke. Markus Vollner wird das Ding da in den Strafraum schlagen. Der kommt nicht schlecht. Kajubi. Und dann ist Mülland am Ende da. So, Kijewski. Es geht wieder nach vorne über Kelifi. So, raus auf Ofuso. Aber Augsburg steht defensiv, wie gesagt, weiterhin unverändert. Nicht schlecht. Selke. Aber wo spielt der den Ball denn hin? Und so gibt es wieder die Kontermöglichkeit für den FC Augsburg. Und da ist wieder so einer dieser langen Bälle, die die Augsburger oft spielen, die oft nicht ankommen. Aber wenn sie denn mal ankommen, dann wird es brandgefährlich. Aber jetzt gibt es eben erstmal wieder die Möglichkeit für uns über Selke. Selke hat das Auge für Kelifi. Und der macht es. Dann steht es endlich 1 zu 0. Und das ist vollkommen verdient. Auch wenn Augsburg das innerhalb der 2 wirklich nicht schlecht macht. Aber Kelifi nutzt dann die Möglichkeit. Selke mit einem richtig guten Auge, mit einem richtig guten Ball. Und dann kann Salim Kelifi das für sich nutzen und hier zum 1 zu 0 einnetzen in der 60. Spielmute. Und damit wären wir aktuell auf Platz 1 der Fußball-Bundesliga. Aber wir wollen hier natürlich jetzt noch nicht den Spielbetrieb einstellen, sondern weiter kämpfen. Kor, Murawski, Kijewski raus auf den Torschützen. Auf Kelifi. Ich wollte den Roulette eigentlich in die andere Richtung machen. Selke. Selke auf Winter. Aber Augsburg macht das wieder nicht gut. Wir machen es nicht gut. Augsburg macht es gut. Ich bin noch so ein bisschen verplant. Also ihr merkt es manchmal vielleicht. Wenn da ab und zu mal der ein oder andere Kommentar nicht ganz so sinnvoll ist. So, Murawski. Gnabry. Macht das richtig stark, Serge. Gnabry. Aber wieder Südorf-Nielsen. Zur Stelle. Der rettet den Augsburgern hier heute so ein bisschen das Spiel. Und dann sogar Tobias Winter wieder an den Pfosten. Und diesmal sogar per Kopf. Ich glaube, er ist sogar der kleinste Spieler so ziemlich mit auf dem Feld. Und der setzt sich da einfach mal dann gegen die langen Augsburger Innenverteidiger durch. Selke. Selke. Der sollte eigentlich nach unten auf Kelifi gehen. Aber er spielt ihn wieder zu Winter. Also die Pässe, die kommen heute nicht ganz so gut wie sonst. Murawski. Und wo geht der denn schon wieder hin? Diesmal will ich auf Winter spielen. Dann kommt er auch nicht an. Kinevsky. Mit einem guten Kopfball-Duell. Und dann wird Murawski am Ende gefoult. 76. Spielminute. Wir können nochmal eben reingehen. Das war jetzt nicht so klug, dass wir den Freistoß schon ausgeführt haben. Dann bringen wir jetzt nochmal, würde ich sagen, ja. Wir bringen Poland nochmal für Murawski. Und dann bin ich gerade am überlegen, wer hat es nötiger. Obwohl Murawski hat noch relativ viel Power im Vergleich zu Kelifi und im Vergleich zu Kiewski. Dann bringen wir nochmal Reichel und Rygota. Rygota. Ich vergesse immer, kann er links spielen. Genau. Ich vergesse das irgendwie immer. Ob Rygota links oder rechts spielen kann. Dann bringen wir Rygota jetzt für Kelifi. Und Murawski mit einem richtig unnötigen Ballverlust. Das war eine Situation, in der es zu keinem Zeitpunkt ansatzweise gefährlich war. Und dann lässt er den Ball da irgendwie so durch. Und dann steht es auf einmal 1 zu 1. Oh mein Gott. Da hat EA, da hat uns EA, beziehungsweise FIFA mal wieder richtig einen eingeschenkt. Und so ist er, ja, haut den da irgendwie raus. Und dann ist es wieder Murawski. Dann ist es zweimal Murawski. Hätten wir den mal doch besser rausgenommen. Murawski, der uns hier das 1 zu 1 quasi als Eigentor, so kann man schon beinahe sagen, beschert. Und das ist richtig unnötig. Augsburg glaube ich jetzt wirklich so mit der zweiten Chance im gesamten Spiel. Klar, die haben das bisher defensiv, gerade defensiv nicht schlecht gemacht. Das kann man auf keinen Fall sagen. So und jetzt wieder Murawski. Auch diesmal mit keinen guten Ball in die Mitte auf Selke. Ja, aber der Ackert, der will hier gewinnen. Sieben Minuten sind es noch. Wir werden jetzt auf Offensiv gehen. Carlsen-Praker. Oparé. Boah, gut dazwischen. Gnabry. Aber dann verlieren wir wieder den Ball. Aber Selke, der fightet, der ist da. So, Selke. Und jetzt gibt es die Riesenmöglichkeit für Tobias Winter. Und der macht es natürlich. Unser eigener Wächs, unser Supertalent. Unsere Nummer 18. Und unsere heutige Nummer 10. macht es in der 87. Spielminute zum hochverdienten 2 zu 1. Und das Tor gehört zu einem großen Teil. Davy Selke, der hier heute fightet, der will gewinnen. Auch wenn Radoslav Murawski heute nicht ganz so aussieht, als wenn er gewinnen wolle. Natürlich kann sowas immer mal passieren. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber gleich zwei so wirklich richtig starke Böcke zu hauen. Und dann wird der eine sogar noch von den Teamkollegen geklärt. Und dann leistet er sich direkt danach noch ein. Und der führt dann letztendlich Postwenden zum 1 zu 1. So, wir sind aber schon in einer Nahspielzeit. Und Augsburg macht hier irgendwie nicht mehr so den Anschein. Als wollen die hier noch wirklich was reißen. Und so ist es. Am Ende pfeift der Schiedsrichter. Und es geht 2 zu 1 aus. Es bleibt beim 2 zu 1. Tobias Winter hat uns da am Ende ja wirklich den Arsch auf gut Deutsch gesagt gerettet. Und der hat sich das Tor auch verdient. Heute glaube ich 2 mal insgesamt den Pfosten getroffen. Und dann am Ende macht er doch noch sein Tor. Da sehen wir es auch nochmal Pfosten. Also 2 mal Pfosten von Tobias Winter. Und am Ende macht er es noch. Und insgesamt geht das auch vollkommen in Ordnung. Augsburg insgesamt nur mit 3 Schüssen. Ich habe jetzt gar nicht mehr geschaut wie viele davon jetzt aufs Tor waren. Aber insgesamt ein hochverdienter Sieg. Hätte doch deutlich höher ausgehen können. Das Tor für Augsburg war doch recht glücklich. Und so stehen wir nach 10 Spielen. Wieder auf Platz 1 mit 26 Punkten. Hinter uns 2 Punkte. Da steht Dortmund mit 24 Zählern. Und auf Platz 3 folgt dann mit 6 Zählern. Ein Unterschied der 1. FC Köln. So wir werden jetzt nochmal eben die Trainingseinheiten durchführen. Die können wir auch glaube ich denke ich mal bald mal wieder ändern. Und schauen ob Gnabry, Winter, Ochs noch das grüne Symbol haben. Weil so krasse Entwicklung gab es in der letzten Zeit eigentlich nicht mehr. Bei Gnabry da könnte ich glaube er ist jetzt 23 kann das sein. 23 kommt das hin. Da könnte sich das grüne Symbol auch schon wieder verabschiedet haben. So dem hierbei ist wieder bereit. Jetzt gerade wo Tobias Winter so ein starkes Spiel gemacht hat. Da ist er wieder fit. So dann werden wir ihn aber trotzdem direkt wieder reinpacken. Wird wahrscheinlich im nächsten Spiel nicht von Anfang an spielen. Und jetzt muss ich mal wieder schauen. Ich glaube wir hatten Boland rausgenommen. Also so ist der Kader wieder vollständig. Vollzählig Gnabry ist wieder mit dabei. Und das wird uns auf jeden Fall helfen. Auch wenn Winter zuletzt eben wie gesagt ein richtig starkes Spiel gemacht hat. Und eben buchstäblich ja dazu beigetragen hat, dass wir gegen Augsburg diese drei Punkte noch geholt haben. Weil er und Davy Zayk haben da eigentlich die Offensive allein betrieben. Khediv hat zwar noch das 1 zu 0 gemacht. Aber hat sonst auch nicht allzu viel dazu beigetragen. Hat zwar ein solides Spiel gemacht, aber nichts überragendes. Währenddessen geht Hintermeier auf die 72. Und ich habe schon wieder vergessen zu schauen, ob Gnabry noch das grüne Symbol hat. Aber gut. Dann simulieren wir jetzt erstmal weiter zum Spiel gegen Frankfurt. Und ja. Dann gibt es in der nächsten Folge das Eintracht-Duell gegen Eintracht Frankfurt. In Frankfurt. Und ja. Ich hoffe es hat euch heute wieder gefallen. Wie gesagt, ich bin noch nicht wieder so ganz im Kommentarflow. Nenn ich es mal drin. Von daher hoffe ich, dass ihr mir das wieder verzeihen könnt. Es könnte auch nächste Woche sein, dass eventuell wieder die Folgen mit einem Tag Verzögerung oder vielleicht auch gar nicht kommen. Weil es ist aktuell wieder ein bisschen stressiger. Aber die Woche da drauf, da dürfte es dann wieder ganz normal weitergehen. Und von daher würde ich mich jetzt erstmal wieder verabschieden. Wie gesagt, ich hoffe es hat euch heute wieder gefallen. Und von daher würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und von daher bis zum nächsten Mal. Ciao.